Tuchel als Nachfolger vom Tisch Damit wäre ein Engagement des zuvor als klaren Favoriten gehandelten Thomas Tuchel vom Tisch. Nach Informationen des Kicker sollen sich die Gespräche mit dem Ex-Coach von Borussia Dortmund zu lange hingezogen haben, so dass die Münchner Führungsregel letztlich von einer Verpflichtung Abstand nahm. Auch Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann, den Präsident Uli Huenes bevorzugt hatte, wird demnach vermutlich frühestens im Sommer 2018 wieder ein Kandidat auf den Posten auf der FC Betreiner Bank.